So, Hallöchen meine lieben Freunde, ich sag auch mal ein herzliches Jo-Hopies zu euch meine lieben Zuschauer und begrüße euch recht herzlich zu einer kleinen Aktion bzw. Projekt, wo die Kiste sofort einfach runterfällt. Wir spielen hier Minecraft und zwar, das Ganze heißt hier Skyblock, die meisten dürften es schon kennen und wir haben hier eine ganz besondere Aktion mit euch vor und zwar spielen wir das Ganze in Zweierteams gegeneinander und wir wollen jetzt einfach mal hier so eine kleine Vorstellungsrunde machen. Wir haben ungezählte Challenges, also ich weiß nicht wie viele es sind und wer die zuerst abgearbeitet hat, der hat gewonnen. Wir stellen uns jetzt alle. Schau mich nicht so blöd an. 50 Stück. Genau, 50 Aufgaben und ja, bevor wir jetzt noch irgendeinen sinnlosen Mist wie gerade vor der Aufnahme machen, stellen wir uns jetzt einfach mal ganz kurz vor. Ich bin einfach der Letzte, wer möchte sich vorstellen? Ich bin der Vorletzte. Die zwei können zusammen. Veri, du bist zuerst dran, du bist ja in meinem Team. Ah, ja, hi, ich bin die AC von AC, nein, von YouTube-Kanal LittleAC213 und so und ich gehöre zu Blu dazu. Wir werden euch zwei fertig machen. Uahahahaha. Uahahahaha. Na gut, dann stelle ich mich jetzt einfach mal vor für die Leute da aus Holzkiste-LP und so. Also ich bin der Bluesetsplayer alias Steve und ja, mein YouTube-Kanal ist halt Bluesetsplay, Versaute und kranke Horrorspielchen und so. Okay, weiß der Bescheid und so. Und ja. Oh, jetzt stehen. So. Und wer seid ihr? Da hinten? An den billigen Plätzen? Wir sind niemand. Wir sind niemand. Niemand? Kennen wir euch? Ach, Mensch. Ja, Kiste fällt runter und er schlägt uns. Nein, jetzt lass uns mal vorstellen. Niemals. So, ich bin Kiste von Holzkiste-LP und das war meine Vorstellung, jetzt ist der Alex drin. Ja, und ich bin der Alex von Holzkiste-LP. Ja, wir sind Holzkiste-LP. Abonniert uns oder sterbt. Wir haben einen Assassinen. Wir müssen denen nur ein Euro pro Auftrag geben und der killt euch, wenn ihr uns nicht abonniert habt. Wir können eure IP rückverfolgen, wenn ihr das Video angesehen habt. Und wenn ihr uns nicht abonniert habt, ja, dann schicken wir diesen Assassinen zu euch, ja, und der wird euch nachts besuchen, sich unter dem Bett verstecken und dann mit so einem indianischen Tomahawk-Diggins da auf euch zustürmen und euch killen. Kurzfassung davon ist, ihr könnt abonnieren und das war's. Kurzfassung ist davon, äh, deabonniert Blue und abonniert uns. Wir sind viel besser. Natürlich. Also habt ihr gehört, schaut auf jeden Fall bei den Jungs von Holzkiste-LP vorbei, Link, beziehungsweise zu allen Kanälen, sind alle in der Videobeschreibung. Bei uns auch. Bei denen auch und Holzkiste-LP findet ihr auch noch bei mir in der Empfehlungsbox und alles mögliche, ne? Bei uns auch. Ja, und machen, also 10, 9 und so. Ja, also ich würde jetzt erstmal sagen, wir machen das Ganze jetzt auch in unseren Einzel-Konfis, also jetzt beenden wir einmal ganz kurz nochmal die Aufnahme. Ja, bis ne Warte mit dem Countdown, bis wir die Konfis getrennt haben. Richtig. 9,9, ja. Äh, du weißt, 9,9 kommt erst, kommt vor 9. Jo. Oh. Okay, 8,9. Das ist so dumm. 9,9, Alter. Das ist schon gar nicht. 3,3. 3,3. Komm, wir gehen. So, okay, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir verziehen uns in unsere Einzel-Konfis und euch da hinten wünsche ich auf jeden Fall viel, viel Spaß. Und wie gesagt, das ganze Zeug, was wir klären sollen, machen wir einfach in den Kommentaren und so. Wir gewinnen uns in den Videos. Es sind nicht ganz 50, äh, Quests, es sind ein bisschen weniger. Ja, tschüss. Wir gewinnen. Wie gesagt, wir klären einfach alles hier im Chat, falls wir irgendwelche Probleme haben und, ähm, ja, auf ein gutes Rennspiel und so, ne? Bist du Bescheid? Ja, weil wir ja schon wissen, wer gewinnt. Genau. Magische Überblendung kommt jetzt. Ja, so, da sag ich jetzt einfach mal zu den ganzen Zuschauern. Viel Spaß bei einer schönen Runde Skyblock im Minecraft. Ich sag einmal Tschüss, bis gleich, sehen wir uns dann. Yay. So, und da sind wir jetzt auch schon in der kompletten Aufnahme in unseren Einzel-Konfis, ich hier mit der Wehre, beziehungsweise LittleAcee213. Meine Lehrtaste hat sich verklemmt. Deine Prostata hat sich verklemmt. Meine Lehrtaste, du Spack. Achso. So, ich hab den Spielmodus mal eben auf Survival gestellt und ich sterbe sofort. Noch kann ich das machen. Ich bin bei den Leuten da hinten. Äh, hi. Wie, 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 komm ich wieder zurück? Äh, du, du. Nein. Das ist so blöd. Oh, das fängt ja super an hier mit Skyblock. Teleportiere mich doch mal zu dir. Alter, Vater, die sind voll schnell. So, okay. Alter, komm. Jetzt du, äh, ich mach den Baum und du. Alter, Vater, wie, die da hinten abgehen, ne? Ganz im Ernst. Ich hab aber ein Dings rundherum, das... Na. Was wollte ich jetzt sagen, dass, äh, die Säplik runterfall... Ja, Moment. Das mach ich gleich. Alter, Vater, die sind da hinten richtig schnell, ey. Das sind ja totale Minecraft-Growls und so. Voll schlimm. Natürlich. Ah, ich hab auf F8 gedrückt. Ich hab schon ein Erde verschwendet. Uh. Und mach auf gar keinen Fall das ganze Gras weg. Ja, ein Gras verbrauchen wir mindestens, ich weiß. Ich brauch Holz. Gib mich Holz. Mehr Holz hab ich bis jetzt noch nicht. Boah. Du bist so langsam. Ich weiß. Boah, die haben da hinten schon einen Cobblestone-Generator gemacht. Ey, ganz im Ernst. Ganz im Ernst, damit wir spannen können bei dem, was die gemacht haben, ähm, müssen wir uns einfach sterben lassen und sagen, oh, wir sind aus Versehen gestorben und runtergefallen und so. Du, du musst dein Home hierher setzen. Nö. Du kannst dein Home setzen. Doch, musst du. Ich find das viel chilliger. Wie mach ich das denn? Slash Home oder was? Slash, äh, Set Home. Äh, Set Home. Zusammengeschrieben, ja. Zusammengeschrieben, Set. Home Set. Och Mann, das ist ja langweilig. Jetzt gib mir das restliche Holz. Ich brauch eine Spitzhacke zum Cobblestone-Farmen. Yay. So, ich glaub, wir werden auf jeden Fall grundlos hier verlieren, weil ich mit dir im Team bin hier. Ganz genau. Und ich brauch noch eins. Es geht sich genau um ein Holzstück nicht aus. Ach so, ich hab dir nicht alle gegeben, sorry. Eines gegeben. Ähm. Das war wirklich hilfreich. So, jetzt muss ich mich hier noch einmal hochbauen. Es sind ja eh total die Minecraft-Pros da hinten. Es geht echt mal gar nicht. Es gibt die Spiele. Die kennen sich halt aus. Nö. Leider. So, wir brauchen auf jeden Fall eins. Ich bin nur, äh, hier, Vanilla Pro und so. Oh, fuck. Ich kann auch überhaupt nicht mit so, äh, World Edit und Stuff. Egal, du hast den Server zum Laufen bekommen, das ist immerhin cool. Und Alex hat's falsch angesagt, was ich machen muss, ne? Kann man auf jeden Fall mal sehen. Mit dem scheiß Tackett da, wir brauchen schon Tackett. Hallo? Wie, Mann? Oh, fuck, ey. Wieso ist hier kein Zapling? Einer ist gerade schon wieder runtergefallen. Deswegen solltest du hier runter rumbauen, du Affe. Hab ich doch. Wenn da kein Zapling rauskommt, dann haben wir verloren. Dann müssen wir uns entcheaten. Können uns entcheaten, das ist, denke ich mal, jetzt auch nicht so schlimm. Da ist einer! Mach! Gib mir das! Yes! Kiste, 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 Kiste. Warte, das wollte ich behalten. So. Ähm, mal sehen. Was haben wir denn jetzt schon abgehakt? Ich glaube, ich brauche einen Zettel. Ja, du machst dir einfach die Liste hier, weil ich... Ich mache mir hier eine Strichchen-Liste, weil ich schlecht ins Google Docs reinschreiben kann, weil das für alle offen ist. Richtig. So zum Nachschauen. Äh, was müssen wir denn jetzt einfach machen? Jetzt kannst du einfach mal den Zuschauern jetzt einfach mal erklären oder so. Ich habe die, äh, nicht, äh, diesmal nicht, äh, korrekt durchnummeriert. Weil letztes Mal habe ich die noch richtig durchnummeriert, äh, äh, weil ich ein paar Challenges rausgelöscht habe, weil sie nicht Let's Play-tauglich sind. Mhm. So, äh, wir haben, äh, Nummer 1. Build a Cobblestone Generator, also bau einen Cobblestone-Generator, bau ein Haus, vergrößere die Insel, bau eine Melonen-Farm, bau eine, äh, Kürbis-Farm, bau eine Zuckerrohr-Farm, äh, eine Weizen-Farm, crafte ein Bett, mache 20 Fackeln, eine unendliche Wasserquelle, ein Ofen, einen kleinen See, äh, bau eine Plattform, 24 Blöcke von deinem, äh, von deiner Insel, äh, entfernt, wo Mobs spawnen können. Mhm. Bla, 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 bla. Ich bin zu faul, das alles vorzulesen. Ich möchte jetzt weiterbauen hier. Alles klar. Ja, wie gesagt, wir werden das dann eigentlich mal abhaben. Ich habe ehrlich gesagt keinen, keinen Plan von der ganzen Liste. Wie gesagt, da kümmert sich jetzt einfach mal die Wehre einfach komplett die ganze Zeit drum. Ja. Und ich sag einfach was, äh, beziehungsweise, ich mach einfach was sie baut. Oh Gott, ich wäre gerade fast runtergefahren. Dein Meister. Aufpass, ich baue hinter dir einen, äh, ab. Nein, 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 fuck, ey, ich bin so verschwinderisch, ey. Fuck, ey. Äh, du weißt, das macht man eigentlich ganz anders hier und so, ne? Ich, ich kenne keinen Skyblock, ich habe nur ein einziges Skyblock-Let's-Play gesehen. Hör mal, hör mal, hör mal auf, hier mit dem Dings herumzufingern. Äh, Fingern, du hast Fingern gesagt. Jihihihi. Darf ich bei dir rumfingern? Nein. Oh, Mann. Ah, Gott. Die da hinten haben auf jeden Fall schon, äh, den Sapling solltest du eventuell mal setzen. Ja, das wäre eine gute Idee, mach das, der liegt in der Kiste. Mann. Hör, ich habe... In der Holzkiste. Hör, ich bin wütend. Den musste ich jetzt schreiben. Unser Setzling liegt in der Kiste. Höh, Hölzkiste. Lol. Musste sein, sorry. So, ich glaube, den setze ich aber trotzdem einfach mal hier hin. So. So. Oh, Kistenwitze. Wir werden nie alt. Richtig. So. Sag, was ich machen kann. Hm, nimm, nimm, nimm. Ich überlege gerade. Äh, weil was man jetzt generell machen täte wäre, dass man einfach mal hier die Insel so ein bisschen ausbaut. Zählt das schon, als Insel, äh, expandiert? Ich weiß es nicht. Bestimmt, bestimmt. Chillt schon. Ich bin auf jeden Fall mal ges... Also, ich brauche Steine. Ja, ja, Blue, du kannst Steine abbauen. Okay. Gib mir eine Hacke. Bau dir eine. Ich bin zu faul. Den baue ich jetzt ab. Ich hacke dir ins Knie, wenn du da nicht weggehst. Warte, warte. Ich hacke gleich schon. Warte, ich mache jetzt... So. Jetzt geh weg. Husch. Ich will hacken. Haha. Du brauchst... Du hörst die ganze Musik wieder gar nicht. Darf ich hacken? Niemals. Ich will hacken. Wir können uns eigentlich eine unendliche Holzquelle, äh, unendliche Wasserquelle hier machen. Neter gehen. Ma! Gib mir Schmick, du! Oh. Ah! Darf ich fluchen? Natürlich. Da hast du auch Furzen, Kacken, Rübsen und alles mögliche. Okay. Weißt du doch. Ja. Ähm. Num, num, num. Also wir brauchen auf jeden Fall jetzt mal eine... Äh, jetzt mal... Ich hätte jetzt, äh, gesagt, ich baue noch drei Steine ab und gebe dir eine Steinspitzhacke. Aber nein. Gib mir einfach Steine, dann baue ich unten drunter schon mal eine Plattform. Jetzt... Wir haben keine mehr. Bau welche ab. Los. Mach. Und nicht durch... Eine Frau. Reicht schon, dass ich in Minecraft Together schon eine Frau habe. Aber jetzt hier, die mich rumkommandiert, das geht echt mal gar nicht. So. Oh, das ist immer am Anfang so viel Arbeit, ne? Lebt ihr noch? Miri? Hallo. Oh, muss ich jetzt extra aufs Spiel raus tappen, nur weil die jetzt hier schon wieder rumfällt in der Internetverbindung. Mann. Hallo. Ah, guck mal, die ist off. Ja, gut, dann spiele ich jetzt einfach mal so lange alleine wieder. Okay. Ja, dann unterhalte ich euch eben jetzt mal alleine hier in Minecraft. Das muss man ja auch mal bringen, ne? KP, die ist weg. Äh, zockt einfach weiter. Nein, Wasserquelle ist kaputt, Wasserquelle ist kaputt. Ja, ich denke mal, dass es die Internetverbindung ist, weil sonst, äh, ich denke mal, ich habe sie jetzt einfach mal verärgert. Sie ist jetzt einfach sauer, weil ich sie gerade Frau genannt habe, oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was Frauen für Probleme haben, ne? Wahrscheinlich hat es gerade ihre Tage und das ist deshalb abgehauen, ne? Das kann es natürlich auch sein. Der Willi ist rausgetappt. Nein, Mann, wieso ruft die mich an hier? Mann. Kann sie doch nicht bringen hier. Jetzt ist Fraps auch abgekackt hier. Mann. So, bis gleich. Ich sage erst mal bis gleich und bis, ja, bis gleich halt, ne? So, und dann bin ich auch wieder. Mann, ey. Die wäre jetzt leider jetzt gerade immer noch nicht da. Keine Ahnung, äh, was jetzt gerade mit ihrer Internetverbindung los ist. Geht echt mal gar nicht hier. Die Jungs von Holzkister LP hier liegen schon, was weiß ich, wahrscheinlich wie weit vorne. Und was haben wir hier schon bisher gebaut? Gar nichts. Kranke Scheiße. Die bauen jetzt sogar gerade schon Fackeln oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da hinten ziemlich viel Licht. Oh. Ich habe jetzt keine Lust, das hier die ganze Zeit alleine zu bauen gegen zwei Minecraft-Junkies. Weil die machen ja, die spezialisieren sich ja nur auf Minecraft auf ihrem YouTube-Channel. Machen auch den ganzen Tech-It-Kram und mögliche, äh, und mögliches da. Und das ist eins, was ich am Minecraft momentan mache, ist ja dieses Together-Zeug. Mann, wo bleibt die? Wir, die schreiben jetzt die ganze Zeit hier in Skype. Ich sehe das nicht, weil ich jetzt momentan im Vollbild-Modus spiele. Da hoffe ich mal, dass da jetzt einfach auf den Server-Joint... Oh, ist das jetzt gerade unfair, ne? So. Okay, da werde ich jetzt, denke ich mal, einfach mal den Schritt wählen und... Einfach mal das hier machen. Ähm, okay. Sie hat auf jeden Fall schon mal hier drunter gebaut. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz cool. So. Mach ich das mal, nehme ich auch mal eben hier. Oh, ich will aber nicht gerade runterfallen hier. So. Ich hab gesagt, sowas mache ich ja in Minecraft eigentlich gar nicht hier. So Skyblock-mäßig. Die 1, wie gesagt, die 1 ist... Ah, guck mal, da ist sie wieder. So, so. Ja, warte, ich muss eben hochkommen hier. Mensch. Muss ich die Aufnahme gleich noch mal kurz beenden hier. So, warte. So. No. Alter. Wie scheiße bist du denn? Alter. Wasser. 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 Komm her. Komm her, Wasser. Komm her, Wasser. Komm her, Wasser. Komm her, Wasser. Boah, die ist so dumm, die scheiß Olle da, ne? Alter. No. Alter. Alter. Alter, die ist so dumm, die scheiß Olle, ne? Boah. Alter. Alter. Wasser, nein. Geht weg. Teleportiert mich. Teleportiert mich. Boah. Kann ich nichts für. Mann. Ähm. Hey, sie. Telefon. Boah. Ich beende mal ganz kurz die Aufnahme hier. Mensch. Moment. Bis gleich. Bye.